Wir haben hier ein Lutz-Münzfeld-Gemälde, das eine starke Beschädigung hat. Das Bild heißt das Tor der alten Kapelle Provence von Lutz-Münzfeld, ist aus den 80er Jahren. Von vorne sieht das Bild so aus. Wir haben auch hier mal eine Reinigungsprobe durchgeführt. Man sieht, das Bild ist extrem stark verkraut. Münzfeld hat die Bilder oft so schnell verkauft, dass gar kein Schutzfirnis draufkam und dadurch eben keine Homogenisierung der Oberfläche erfolgen konnte. Wir werden das Bild zunächst reinigen und dann werden wir diese Stelle, die man jetzt deutlich hier oben sieht, von hinten unsichtbare Barrieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020